Hey Leute, heute gibt es mal wieder eine kleine Folge Clash Royale früher bis bis heute. Wenn ihr die Folge nicht kennt, dann vergleichen wir eben einfach, wie Clash Royale früher war mit heute und zeigen eben was anders war. Ich zeige immer ein paar Bilder und sage eben was dazu und ihr könnt auch gerne reinschreiben in die Kommentare, ob euch noch was einfällt, was eben in Clash Royale früher anders war. Der erste Punkt, den wir haben, haben wir hier direkt das offizielle Clash Royale Bild dazu, war damals, ich glaube Ende 2016 schon oder Anfang 2017, die Einführung der Ligen. Früher gab es eben nur die Arenen, ich glaube damals höchstens bis zu Arena 10 oder damals, ich weiß nicht genau wie hoch es damals ging, auf jeden Fall ging es ja nicht weiter. Und dann wurden eben die Ligen eingeführt, für die ganz guten Spieler, die eben ganz hoch kommen mit maximalen Leveln, gab es dann eben Ligen von der Bronze Liga hoch bis zur Ultimate Champion Liga. Damit wurden dann auch die Auswahl Truhen eingeführt, in denen man die Krankenlänge in die Karten ziehen konnte und eben auch Zwischenkarten wählen konnte. War auf jeden Fall ein riesen Update und es hat dann auch eine Zeit lang gedauert, bis es glaube ich den allerersten Ultimate Champion gab. Hat auf jeden Fall einiges gebracht und hat es eben vor allem für die oberen Spieler deutlich hinterhaltsamer gemacht, weil wenn man eben 2000 Trophäen über einer Arena drüber ist, ist es halt nicht mehr so besonders spannend und deswegen wurden eben damals die Ligen eingeführt. Ich muss echt sagen, ich vermisse halt auch da in die Richtung mal wieder ein neues, größeres Update, dass man da vielleicht mal wieder was dran ändert, weil inzwischen gibt es glaube ich jetzt schon ungefähr eineinhalb Jahre und ich finde, man könnte eigentlich mal wieder irgendwas dran ändern. Das war die erste Änderung, die früher anders war in Clash Royale, also früher gab es eben keine Ligen, das war eben der Vergleich. Und wir kommen zum nächsten Punkt und zwar habe ich da wieder ein offizielles Bild von Clash Royale, da habe ich die meisten rausgesucht, weil die eben auch immer relativ schön designs sind natürlich. Und in dem Fall ist es ein Bild zu der Einführung des Eisgeists und des Bowlers. Das war eine sehr, sehr große Änderung damals. Früher wurden immer in vierer Packs neue Karten released, also es wurden immer vier auf einmal angekündigt und dann kamen immer alle zwei Wochen eine neue Karte raus, was auch einen Riesenhype natürlich für das Spiel gebracht hat. In dem Fall war es Eisgeist, eine Karte, die wirklich damals noch zwei Sekunden einfrieren konnte. Eine verdammt starke Karte und eben der Bowler. Und dazu wurden auch noch eben zwei weitere Legendäre Karten angekündigt, welche das waren, weiß ich nicht. Ich glaube es waren Mega-Retter und Nachthexe sogar, glaube ich. Also auch nochmal verdammt wichtige Legendäre Karten. Auf jeden Fall war es eine riesige Ankündigung damals und da zu dem Zeitpunkt gab es eben noch keinen Bowler oder eben den Eisgeist und es werden eben noch zwei weitere kranke Legendäre Karten eingeführt. Damit kommen wir schon zum dritten Bild. Insgesamt habe ich euch jetzt entschieden, ich nehme malerweise immer eher kürzere Videos auf. Das sind dann immer fünf Bilder, das passt ungefähr. Und in dem Fall bezieht es sich auf das Design des Feuerballs. Wir sehen hier das alte Design vom Feuerball. Ich weiß gar nicht, wie lange es im Spiel war. Also ich selber spiele das Spiel, das Spiel gab es in Deutschland, glaube ich, seit März 2016. Seitdem spiele ich auch selber. Ich weiß gar nicht, ob es im Spiel war oder vielleicht erst in der anfanglichen Version, bevor es eben verfügbar war. Auf jeden Fall sah der Feuerball, finde ich damals auch relativ ungewöhnlich aus. Er war vor allem relativ unscharf und er sah ziemlich echt eigentlich aus. Also gar nicht so cartoonmäßig, wie es eben für Clash Royale passt. Wenn wir es eben mit dem heutigen Feuerball vergleichen, finde ich, passt er schon in einiges besser. Ich finde, er ist auch einfach besser getroffen, sieht einfach ansprechender aus. Und eben auch die Ränder mit dem roten statt dem grauen Rand sind auf jeden Fall deutlich besser gelungen heute, finde ich, zumindest. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und das ist auch der interessanteste Punkt. Ich denke, manche haben es auch am ehesten auf Thumbnail draufgepackt. Das habe ich auch noch selber erlebt. Und zwar war, ich weiß gar nicht, wie lange es war, vielleicht nur ein, zwei Monate oder noch ein paar Wochen. Auf jeden Fall, am Anfang musste man tatsächlich, wenn man kämpfen wollte in der Arena, Gold dafür zahlen. Ich weiß nicht, warum die es eingeführt haben. Wahrscheinlich, dass man, warum haben sie es eigentlich eingeführt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde es wieder relativ schnell abgeschafft. Ich habe es auch noch erlebt. Ihr könnt euch vorstellen, es war relativ nervig. Wenn ihr mal einen Kampf machen wollt und dann habt ihr also ganz am Anfang zumindest bei mir gewesen, dann habt ihr kein Gold gehabt. Es war auch ganz schwierig, Gold zu kriegen, nämlich am Anfang. Und dann habt ihr kein Gold fürs Kämpfen gehabt und dann konntet ihr einfach nichts machen. Es gab damals noch keine Challenges. Ihr habt kein Gold gehabt. Sprich, ihr könnt nichts machen, außer eben Gold kaufen natürlich. Vielleicht war es auch dafür gedacht. Bin ich froh, dass sie es geändert haben, weil gut inzwischen, ob man jetzt fünf oder sechs Gold für den Kampf ausgibt, ist eigentlich eh nicht so interessant. Aber es macht eben nicht so viel Spaß zu kämpfen, wenn ihr eben weiß, es kostet eben noch was. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass sie das wieder geändert haben. Ich fand es mich wirklich verdammt nervig damals. Und der letzte Punkt, das fünfte Bild für heute, sehen wir einfach noch eine Karte, die tatsächlich zehn Elixier damals gekostet hat. Und das waren die drei Muskettierinnen. Tatsächlich haben die drei Muskettierinnen damals zehn Elixier gekostet. Und sind somit bis heute die einzige Karte, die jemals zehn Elixier gekostet hat. Sprich, man musste eben abwarten, bis man ein komplett volles Elixier hatte. Und wenn man die drei Muskettierinnen auch gesetzt hatte, hat man eben auch kein bisschen Elixier übrig gehabt. Sie waren damals noch etwas zu schwach natürlich. Man hat sie dann auf neun Elixier runtergesetzt. Und seitdem sind sie auf jeden Fall eine verdammt zu jüde Karte. Und für zehn Elixier waren sie eben auch einfach zu teuer. Ich weiß noch gar nicht, wie es mit dem Spiegel war. Der hat ja auch ein Elixier mehr gekostet. Man konnte es ja nicht für elf Elixier spiegeln. Vielleicht haben sie es auch mit der Einführung des Spiegels dann geändert. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall haben die drei Muskettierinnen früher zehn Elixier gekostet. Das war der fünfte Punkt. Wenn euch die Folge gefallen hat, weiß gerne einen Kommentar da. Oder was ich eben noch so bringen kann. Und so viel zur heutigen Folge. Und ciao. Das war der Fünfte Punkt.